Die nun von ihren Plätzen zu erheben, zu Ehren des Siegers erklingt die Nationalhymne. Untertitelung des ZDF, 2020 Gilbert Tillmann, Hello Max! Zunächst wird die Siegerehrung nun vorgenommen von der Vorsitzenden der internationalen Jury des 84. Deutschen Spring-Derbis, präsentiert von Cibo, Signora Francis Triulzi aus Italien. Der Cibo-Preis Durch den Director Corporate Communications Cibo, Herrn Arndt Littke, in Begleitung von Derby-Chef Volker Wulff. Der Cibo-Preis Der Freien und Hansestadt Hamburg für den Sieger wird dem Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg übergeben von Derby-Chef Volker Wulff. Das 84. Deutsche Spring-Derby präsentiert von Cibo. Der zweite Platz für Lex Luger und Carsten Otto Nagel, Deutschland. Der Sonderehrenpreis für den Derby-Zweiten wird überreicht durch den Vorsitzenden des Norddeutschen und Flotbeker Reitervereins, Herrn Klaus Mayer. Der Frau Schoth Arndt. Der Frau Schoth Arndt. Der dritte Platz für Coverlady und Hilma Mayer, Deutschland. Der Sonderhährenpreis in Memoriam Irene Torzen für den Derby Dritten wird überreicht durch Herrn Volker Wulff. Auf dem vierten Platz steht Glenavada Brilliant, geritten von William Whittaker, Großbritannien. Der fünfte Platz für Carlo Cruiser und Ronny Healy, Großbritannien. Kolumbus steht auf dem sechsten Platz, geritten von Linda Held, Schweden. Den siebten Rang erreicht Ulysses, geritten von Pius Schwitzer, Schweiz. Platz acht geht an Professional Aircare, geritten von Christian Glienewinkel, Deutschland. Und dann Elton John auf dem neunten Platz, geritten von Hergen Fockert, Deutschland. Platz zehn für Cosmic Blue und André Plath, Deutschland. Der hälfte Platz geht an Carnaby, geritten von Christian Hess, Deutschland. Und auf dem zwölften Platz steht Quick Wanker, geritten von Thomas Gleis, Deutschland. Platz zehn für Cosmic Blue und André Plath. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Jury hatte während des 84. Deutschen Spring Derbys über den Stilpreis zu entscheiden. Vergeben wir dieser Sonderpreis für...